Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zum ITB-Talk der Freien Demokraten hier im Deutschen Bundestag, heute live aus Berlin. Schön, dass Sie alle dabei sind. Mein Name ist Marcel Kling, ich bin der tourismuspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und Ihr heutiger Gastgeber. Ja, an dieser Woche wäre eigentlich die internationale Tourismusbörse, die ITB hier in Berlin. Das ist die größte und wichtigste Tourismusmesse der Welt. Aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr digital. Und genau aus diesem Grund haben wir uns auch als Bundestagsfraktion entschieden, in dieser Woche zwei Talkrunden zu spannenden Themen der Branche zu machen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen. Ja, das Thema Reisen ist in aller Munde. Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten haben sich letzte Woche ja auch damit beschäftigt. Leider hat man im Papier, das dann verabschiedet wurde, relativ wenig über den Tourismus gelesen. Was ich persönlich sehr schade finde, denn die Tourismuswirtschaft mit über drei Millionen Arbeitsplätzen und mehreren hundert Milliarden Umsatz ist eine der wichtigsten Wirtschaftsbranchen in Deutschland und wird ein bisschen, wie ich finde, auch von der Bundesregierung ignoriert. Bisschen was zum Thema Außengastronomie stand drin, aber zum Reisen hat man wenig gelesen. Und deswegen kommen wir eigentlich auch schon zum heutigen Thema, nämlich können wir unsere Koffer 2021 noch packen? Wie und wohin geht die Reise? Über dieses Thema möchte ich heute sprechen mit einer Reihe von hochkarätigen Expertinnen und Experten. Ich begrüße ganz herzlich den Präsidenten des Deutschen Reiseverbands, Norbert Fiebig. Norbert Fiebig ist ein ausgewiesener Kenner der Touristik, ist viele, viele Jahre schon in der Branche aktiv und jemand, der auch jüngst in den Talkshows sich sehr, sehr stark für das Thema Reisen stark gemacht hat. Lieber Herr Fiebig, herzlich willkommen. Als wichtige Stimme der kleinen und mittleren Reiseunternehmen in Deutschland ist heute zu Gast Anke Budde. Sie ist Präsidiumsmitglied im Bundesverband der Allianz Selbstständiger Reiseunternehmen, ist selber, glaube ich, auch, lieber Anke, Reisebüro-Inhaberin und war unglaublich fleißig letztes Jahr am Demonstrieren. Also es gab, glaube ich, keine Demonstration, wo du nicht zu Gast warst. Schön, dass du heute bei uns bist. Digital aus Frankfurt zugeschalten ist die Chefvermarkterin für das Reiseland Deutschland, Petra Hedorfer. Petra Hedorfer ist Vorstandsvorsitzende der Deutschen Zentrale für Tourismus. Liebe Frau Hedorfer, schön, dass sie es einrichten kann. Als Experte, als ausgewiesener Experte für den Deutschlandtourismus freue ich mich, außerdem Norbert Kunz in der Runde begrüßen zu können. Herr Kunz ist Geschäftsführer des Deutschen Reiseverbands DTV. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Und last but not least, für die Politik habe ich eingeladen, meinen Kollegen aus dem Deutschen Bundestag und aus dem Tourismusausschuss, unseren Reiseexperten Roman Müller-Böhm. Lieber Roman, herzlich willkommen. Ja, was haben wir uns in den kommenden anderthalb Stunden in etwa vorgenommen? Wir wollen in der ersten Halbzeit so ein bisschen über das Thema sprechen, wie die Situation in der Branche ist. Dazu kann auch jeder Experte, glaube ich, sehr, sehr gut aus der Praxis berichten. Und in dem zweiten Schritt dann auch noch mal die aktuellen politischen Beschlüsse der Ministerpräsidentenrunde, die ich eben schon ansprach, da eben auch bewerten. Und in der zweiten Halbzeit wollen wir über die Erwartungen und Wünsche der Branche an das politische Berlin sprechen und dann vielleicht zum wichtigsten Bereich kommen. Wie geht es weiter in den kommenden Monaten und Jahren? Ja, dann starten wir doch in die erste Runde. Ich will gleich an Herrn Fiebig die erste Frage richten. Herr Fiebig, die ETB ist ja eigentlich immer ein großes, freudiges Ereignis. Von einer Skala von 1 bis 10. Wie ist die Stimmung in der Reisewirtschaft im Frühjahr 2021? Und Sie haben kürzlich, ich glaube, es war bei Hart, aber fair, gesagt, dass Urlaub in allen Formen derzeit ziemlich kaputt gequatscht wird. Was meinen Sie damit, Herr Fiebig? Also zu Ihrer ersten Frage, die Stimmung ist ziemlich niedrig. Wenn das die 1 ist, dann würde ich die 1 als niedrigstes Level wählen. Die Stimmung ist deswegen so niedrig, weil die wirtschaftliche Situation in der Branche extremst angespannt ist. Und das hängt damit zusammen, dass im letzten Jahr 80 Prozent der Umsätze verloren gegangen sind. Und in diesem Jahr läuft es nun auch nicht wesentlich besser ein. Die Vorausbuchungen für den Sommer sind auf einem Niveau von 26 Prozent von dem, was wir für den Sommer davor an Vorausbuchungen hatten. Also eine Vor-Corona-Zeit noch. Und das spiegelt sich in der wirtschaftlichen Situation der Player wieder in den Reisebüros, die nichts mehr an Einnahmen haben bei den Reiseveranstaltern, die keine Reisen verkaufen können. Das sind dramatische Zahlen, Herr Fiebig. Das sind dramatische Zahlen. Und die überleben im Moment alle auch nur, weil es Überbrückungshilfen gibt, die im Übrigen nicht immer punktgenau sind und über die wir uns unterhalten müssen, dass sie über die Jahresmitte hinaus verlängert werden müssen, weil bis dahin das Geschäft nicht wieder so angelaufen ist, dass die wirtschaftliche Tragfähigkeit dann ohne Unterstützung da sein wird. Wenn Sie eben gefragt haben, wie wird das begleitet teilweise aus der Politik, dann ist das in der Tat so, dass die Reise, und das nimmt ja kein Ende, zunehmend stigmatisiert wird als der Treiber der Pandemie von politischer Seite. Das ist völlig inakzeptabel. Das ist auch deswegen inakzeptabel, weil das RKI, die ja nicht im Verdacht stehen, jetzt irgendwas Schönes... Also das Robert-Koch-Institut? Das Robert-Koch-Institut, genau, die in ihrer letzten Auswertung festgestellt haben und das niedergelegt haben, dass die organisierte Reise nicht der Treiber der Pandemie ist. Und das muss jetzt politisch entsprechend auch Niederschlag finden in den Rahmenbedingungen, die hier zu setzen sind. Und die Reisebüros, Reiseveranstalter und alles, was da drumherum ist, die sind erpicht darauf, vom Tropf des Steuerzahlers wegzukommen und wieder eine Perspektive zu haben, wie sie ihr Geschäft anlaufen können. Und dann werden wir uns auch in der Skala von 1 bis 10 wieder nach oben bewegen. Aber solange die Rahmenbedingungen so sind, wie sie gesetzt sind, ist die Stimmung extremst angespannt. Kaputtquatschen. Reden Politiker zu viel über Dinge, wo sie keine Ahnung haben, wenn es um das Thema Reisen geht? Ja, ich glaube, das gilt generell. Bei Reisen kann man das in dem Punkt sicherlich sagen. Also es wäre schon schön, wenn man sich mal insofern schlau macht, dass man sich mal aus dem bundeseigenen Institut, nämlich dem Robert-Koch-Institut, das anguckt. Und dann hätte man schon mal eine objektive Grundlage für die Entscheidung. Aber wir haben eine Tendenz im Moment, und die halte ich für echt gefährlich, auch was die Möglichkeit angeht, wirtschaftlich wieder zu gesunden. Insgesamt hat es jetzt gar nichts nur mit unserer Branche zu tun, dass man große Angst hat, in Ungerechtigkeiten zu kommen, dass der eine was darf, was der andere nicht darf. Und das führt dazu, dass man so vorsichtig ist, dass man lieber alle nichts machen lässt und nicht die Möglichkeiten nutzt, das zu machen, was unter gesundheitlichen Aspekten, ohne jemanden zusätzlich und mehr zu gefährden, als wenn er sich hier in Deutschland bewegt, dem zu ermöglichen, das zu machen. Da gibt es politische Hemmnisse, weil man eben befürchtet, dann wird mit dem Finger gezeigt, warum dürfen die das und wir nicht. Und das ist wirklich ein Mechanismus, ein Reflex, der dazu führen wird, dass wir immer tiefer in die wirtschaftliche Schwierigkeit geraten und irgendwann lässt sich das auch nicht mehr vernünftig reparieren. Klare Worte von Norbert Fiebig. Ich komme zu Anke Bode. Wie ist denn die Situation gerade bei den kleinen und mittleren Anbietern? Die leiden ja nicht schon ein Jahr, sondern wenn man die Thomas Cook-Bleite im Herbst 2019 sieht, ja auch schon ein bisschen länger. Und liebe Anke, vielleicht noch mit einem Wort, wie ist denn dein aktueller Gemütszustand, wenn es um das Thema Reisen geht? Kann ich das mit einem Wort beschreiben, ein nackter Gemütszustand? Ich würde sagen, das wachsen. Ich wachsen. Also es gibt Tage, da bin ich einfach nur ausgelaugt und urlaubsreif. Und dann gibt es Tage, da bin ich wieder voller Energie und denke so, wir müssen Möglichkeiten finden, wir müssen Konzepte finden, wie es weitergeht. Und es wird weitergehen. Von daher ist es schwankend. Es kommt immer so ein bisschen auch darauf an, ob man wieder gerade ein Politiker durch die Presse brecht und sagt, Urlaub wird verboten. Oder ob dann der Nächste kommt und sagt dann, ach, Urlaub wird doch wieder möglich sein. Das ist ja dann immer so ein bisschen unterschiedlich. Tja, aber die Reisebüros, Reiseveranstaltungen, die kleinen Spezialisten sind natürlich schon länger in der Krise. Zum einen natürlich durch Thomas Cook, durch die Insolvenzen 2019 sind viele Reisebüros schwer geschädigt worden, weil sie Provisionen in teils fünfstelliger Höhe nicht erhalten haben. Aber auch eben durch den enormen Arbeitsaufwand, der in den Reisebüros gewesen ist. Und nach Thomas Cook haben wir eigentlich alle gesagt, es kann gar nicht schlimmer kommen. Und dann kam Corona. Du hast gerade, Anke, das Thema Provision angesprochen. Einfach mal für alle, die heute auch zuschauen, ich verkaufe eine Reise, dann gibt es eine Provision. Wenn diese Reise aber nicht stattfindet, dann behalten die Reisebüros auch nicht die Provision, richtig? Richtig. Also die Reisepreise sind ja immer im Reisebüro wie im Internet die gleichen. Das möchte ich auch hier gerne betonen. Wir Reiseberater, wir erhalten eine Provision für jede vermittelte Reise. Und wenn diese Reise nicht stattfindet, wie jetzt zu Corona-Zeiten oder wie bei der Thomas Cook-Insolvenz, dann sind wir verpflichtet, diese Provisionen auch zurückzuzahlen. Eins zu eins. Eins zu eins zu erstatten. Und das ist per Gesetz geregelt. Und da sind wir natürlich schon bei einem Punkt, wo unserer Arbeit eigentlich kein Respekt gegenüber ist. Weil das Reisenberaten ist kein Knopfdruck, sondern das ist viel Fachwissen, viel Arbeit, das ist viel Lernen. Wir reisen natürlich auch selber, um unseren Kunden die besten Tipps zu geben. Und wenn man dann alles zurückzahlen muss und für Nulltarif gearbeitet hat, dann ist da keine Wertschätzung. Wir haben teils Kunden gehabt, die waren ganz goldig. Die haben dann, was sie bewiesen haben, gesagt, wir bezahlen ihre Arbeit. Oder haben dann irgendwann Strauß Blumen oder was vorbeigebracht. Aber per Gesetzgeber und auch vom Verbraucherschutz, muss ich sagen, ist keine Wertschätzung für die Arbeit der Reiseberater da. Aber im Grunde arbeitet noch die Reisebus seit vielen Monaten faktisch umsonst. Also Sie haben die Reiseberatung gemacht, dann wurde storniert, dann haben Sie keine Provisionen bekommen, beziehungsweise mussten die zurückzahlen. Und dann mussten Sie ja noch diese ganze Stornierung abwickeln. Im Grunde haben Sie ja doppelt gearbeitet und im Grunde kein Geld verdient. Ja, eigentlich dreifach gearbeitet. Also das war ja nicht nur in den Reisebüros, sondern auch bei den Reiseveranstaltern. Die mussten ja auch die Reisen mit abwickeln. Also das Reisebüro ist ja das Bindigviel zwischen Verbraucher und Reiseveranstalter. Und wir haben alle viel umsonst gearbeitet, weil auch beim Reiseveranstalter ist ja kein Geld hängen geblieben. Auch die mussten 100 Prozent zurückzahlen an den Gast. Von daher, die Arbeit haben wir alle doppelt und dreifach gemacht. Und es ist ja nicht nur bei dem Umbuchen und Stornieren geblieben. Wir haben getröstet, wir haben mit dem Kunden geredet, wir haben die Kunden aufgefangen, wir haben beraten. In Tagen, wo große Unsicherheit ist, wo kann ich hin? Wie oft klingelt das Telefon bei mir im Reisebüro? Wo dann halt so, ja, kann ich da hin? Aber ich warte mal noch mit dem Buchen. Ich habe es jetzt selber als eigene Person auch erfahren. Ich hatte eine Griechenland-Reise gebucht, die ich jetzt storniert habe, weil ich hätte sieben Tage in Quarantäne gemusst. Bei neun Tagen Urlaub ein bisschen kurz. Okay, ich würde gerne, wir gehen gleich noch mal ein bisschen näher darauf ein. Zu Frau Hedorfer kommen, der Chefvermarkterin des Deutschlandtourismus. Liebe Frau Hedorfer, wir haben ja im Deutschen Bundestag die Mittel für die DCT Anfang des Jahres noch mal ein bisschen aufgestockt, wobei ich sagen will, dass wir international da eher noch im unteren Mittelfeld sind bei den Mitteln für das Deutschlandmarketing. Jetzt ist sozusagen auch Geld da, aber wie konkret wirkt sich denn die Corona-Krise jetzt auf Ihre Arbeit, die Arbeit der DCT aus? Und dann wollte ich fragen, ob Sie uns vielleicht noch ein paar Zahlen mitgebracht haben, Frau Hedorfer, wie sieht denn das Ausland den Reisenmarkt Deutschland? Ja, erstmal Grüße nach Berlin und an die Kollegen. Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Klinge. Und zuallererst natürlich auch der Dank der DCT an Ihre Fraktionen und an den Tourismusausschuss, den Bundestag und die Bundesregierung, dass sie unsere Arbeit unterstützen. Keine Selbstverständlichkeit. Wir haben Zusatzmittel. Sie haben es eben gesagt und ich halte das auch für wichtig, um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Destinationen im Ausland auch entsprechend leistungsfähig zu machen. Wir haben auch eine, will ich sagen, desaströse Situation mit Blick aus dem Incoming. Wie ist die Lage? Es haben im vergangenen Jahr 60 Millionen weniger internationale Übernachtung stattgefunden. Ein Verlust von über 20 Milliarden Euro Umsatz, der damit einhergeht am Standort Deutschland. Wir sehen, dass besonders betroffene Flächenländer sind, die stark auch vom Geschäftsreisetourismus abhängen. Das gilt auch für die Städte. Als Marktführer weltweit für Messen, für Geschäftsreisen, für den Städtetourismus in Europa, für Kulturveranstaltungen haben wir besonders herbe Rückschläge zu verzeichnen. Gleichzeitig sehen wir, dass wir im Kampf um Gäste im vergangenen Jahr, sobald Öffnungen möglich waren, auch wieder sehr schnell aus den Nachbarstaaten Übernachtungen aus dem Ausland sehen konnten. Das ist vielleicht ein Impuls, den ich heute Morgen an alle Hörer geben will. Die Reiseabsichten sind ungebrochen. Da stimme ich überein mit Norbert Fiebig. Die Menschen wollen reisen. Sie sagen, alle sitzen auf gepackten Koffern. Das gilt auch für unsere Quellmärkte in Europa und auch aus Übersee. Deshalb ist es so wichtig, die Kommunikationsfähigkeit der Marke, die Dialogfähigkeit mit unseren Kunden aufrechtzuerhalten. Das will heißen, wir haben intensiv inspiriert und kommuniziert auf virtuellen Kanälen. Physisch war das ja leider nur begrenzt möglich. Und sehen, dass die Reiseabsichten, zwischenzeitlich Ende Januar, die letzte Messung in über 30 Märkten weltweit, können wir sagen, die Reiseabsichten nach Deutschland sind im Mindset der Menschen. Wenn Reiseziele abgefragt werden, wo willst du hinreisen, liegt Deutschland immer unter den Top 3, vielfach auf Platz 1. Warum? Weil wir eine starke Marke haben, die auch Sicherheit ausstrahlt. Sicherheit in der DNA dieser Made-in-Germany-Marke. Die Menschen glauben und vertrauen nach wie vor, dass hier am Standort auch Reisen möglich ist. Das ist die gute Nachricht, die ich mitbringen kann. Dafür brauchen wir aber natürlich auch offene Grenzen und vor allem einheitliche Regularien in Europa. Europa, unser wichtigster Quellmarkt. Über 80 Prozent der Gäste kommen aus Europa. Auch im vergangenen Jahr war das so. Und wir sind trotz der Verluste und weniger Menschen, die gereist sind, das beliebteste Reiseziel in Europa gewesen. Im vergangenen Sommer diese Position zu halten und auszubauen, das ist unser Ziel. Und dafür brauchen wir Tests, Impfungen und Regularien, die uns ermöglichen, dass Gäste auch wieder reisen können. Die Deutschland-Touristiker, und da wird Norbert Kunz vom DGV eine Menge dazu sagen können, sind gut vorbereitet. Es gibt eine Menge Pläne. Vielleicht so viel vorweg. Deutschland hat die Sympathiewerte. Es ist ein interessantes Reiseziel. Wir sind ein Nahziel. Es wird ja sicherlich, wenn jetzt wieder begonnen wird zu reisen, eher im Nachbarraum gereist. Wenn nicht domestisch, dann in den europäischen Märkten. Die Chancen stehen gut, dass wir unseren alten Platz ausbauen und auch weiter verteidigen können. Ich will aber auch sagen, Es ist wichtig, dass wir hier gemeinsam in Kollaboration und auch in Kooperation agieren. Und danke allen Verbänden, die uns hier unterstützen. Das ist keine One-Man-Show oder Einzelkämpfertum. Das geht nur gemeinsam. Und viele Touristiker haben aufgrund fehlender Umsätze, Betriebe, Leistungsträger, Destinationen weniger Budget. Das heißt, eine weitere Unterstützung der Politik ist notwendig, um hier das Marketing und auch die Adressierung an die Kunden weiter möglich zu machen. Und wir setzen hier auf eine weiter starke Unterstützung und Zusammenarbeit mit der Politik. Vielen Dank schon mal für die spannenden Zahlen, Frau Hedorfer. Ich kann aus vielen Begegnungen mit Ihnen und Ihrem Team auch sagen, dass die DCT eine ganz hervorragende Arbeit macht. Und ich glaube, wir investieren da sehr, sehr sinnvoll. Geld, Steuerzahlergeld. Ja, Norbert Kunz ist schon angesprochen worden. Herr Kunz, auch im Deutschlandtourismus gab es ja im letzten Jahr massive Einbußen. Die Umsätze sind in den Keller gegangen. Wie ist denn aktuell die Lage? Und für wen wird es denn jetzt besonders eng, wenn wir nicht bald wieder loslegen mit dem Reisen? Also die Lage ist absolut verfahren. Wir haben jetzt vier Monate Lockdown. Ich glaube, das war der 28. Oktober. Wir erinnern uns alle nach einem Durchatmen. Im Sommer 2020 ging es dann auf null. Und das ist jetzt mittlerweile vier Monate her, ohne Perspektive, ohne Plan, ohne Strategie. Da können wir uns alle vorstellen, was es mit den Betrieben macht, was es mit den Menschen macht, die einen Aushalt wünschen und Urlaub machen möchten. Frau Budde hat es ja angesprochen. Wir lesen und staunen auch über die Medien. Kann man reisen, kann man nicht reisen? Jeder hat ja da so seine Einzelmeinung. Aber die Branche braucht eine Strategie und einen Plan. In Zahlen ausgedrückt, Frau Hedorfer, vielen Dank. Sie haben das ja gesagt für das Incoming-Geschäft. Deutschland ist ja nicht nur das beliebteste Reiseziel der Europäer, sondern Deutsche reisen auch am liebsten im eigenen Land. Und wir haben ermitteln lassen vom Drift, dass es ungefähr 70 Milliarden Euro an Umsatzverlusten, allein von März bis Dezember 2020, mit dem Deutschlandtourismus gemacht hat. Das sind aufgeteilt 35 jeweils ungefähr auf den Tagestourismus und auf den Übernachtungstourismus. Und die Betriebe laufen auf dem Zahnfleisch, muss man ganz offen sagen. Die Rettungsinstrumente haben ja nicht so richtig funktioniert. Also da waren wir ja auch nun nicht gerade Weltmeister gewesen, sozusagen die Bazooka wirken zu lassen, sodass also das Geld, was auch dringend benötigt wird, dann wirklich schnell und bürokratisch bei den Betroffenen ankommt. Bis heute ist das ja oft so, dass wir Betriebe hören, die sagen, das Geld ist immer noch nicht da, es dauert noch. Und insofern braucht die Branche jetzt dringend das Signal, wie geht es eigentlich zu welchen Konditionen weiter. So sieht es aus. Was mir sehr gut gefallen hat, Sie haben jetzt nicht so die Schere aufgemacht zwischen Incoming und Outgoing Tourismus, was ja oft mal auch das spielt, dass man versucht, sich ein bisschen gegeneinander in Position zu bringen. Ich finde, wir brauchen beides. Wir haben unglaublich tolle Unternehmen hier in Deutschland, aber auch diejenigen, die Träume im Ausland verwirklichen. Deswegen, das hat mir sehr gut gefallen. Frau Ruppert hat eben toll gesagt, wir brauchen einander, wir müssen jetzt zusammenhalten. Zusammenhalten. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Stichwort, liebe Anke Bude. Die Politik wurde schon mehrfach angesprochen. Da komme ich zu meinem Kollegen aus dem Tourismusausschuss, lieber Roman. Jetzt nach einem Jahr Krisenmanagement und Krisenzeit, wie ist denn eigentlich der Stellenwert der Reisewirtschaft in der Politik? Und wie schlägt sich der zuständige Minister für den Tourismus, der Peter Altmaier, unser Bundeswirtschaftsminister? Wie ist da deine Einschätzung? Ja, ich glaube, zu Peter Altmaier kann man sagen, man wird im Arbeitszeugnis diesen schönen Satz, er war stets bemüht, wahrscheinlich eintragen, aber nicht besonders erfolgreich. Also man sieht das ja jetzt auch wieder mit den jüngsten Aufdeckungen, dass da also doch anscheinend massiv Betrugsfälle wieder vorgekommen sind bei den Auszahlungen, die ja ohnehin schon lange genug haben auf sich warten lassen. Und zudem ja, das wird ja auch gerade schon erwähnt, oftmals für die Touristische Branche auch nur so mäßig gut passend konzeptioniert sind. Insofern muss man da ganz klar sagen, ist da wohl eher mit einer Schulnote zu sagen, die ist die Versetzung gefährdet. Ich glaube, jetzt ist es wahrscheinlich für Peter Altmaier eh die letzte Regierungszeit, aber trotzdem hat der Tourismus, glaube ich, im letzten Jahr in der Politik allgemein hin doch an Bedeutung hinzugewonnen. Ich möchte es so sagen, die Menschen oder das, was vielleicht im Vorhinein immer für die Menschen im Tourismus empfunden wurde, war vielleicht eher, ich nenne es mal nice to have, aber was dahinter steht in Deutschland, wie viele Millionen Arbeitsplätze davon betroffen sind und auch, was das für ein Lebensgefühl ausmacht, auf Reisen verzichten zu müssen. Diese Unfreiheit, auch ein bisschen das Gefühl von eingesperrt sein zu Hause. Ich glaube, das hat sich hier nun sehr, sehr deutlich in die Köpfe aller eingebrannt und nicht nur hier in der Politik, sondern, glaube ich, überall in der gesamten Gesellschaft. Daher würde ich sagen, die Bedeutung ist gewachsen, aber sie ist nach wie vor noch nicht hoch genug, damit es wirksam auch hilft. Oder will ich noch mal nachfragen? Wir hatten letztes Jahr, ich glaube, zwei oder drei Automobilgipfel hier im Kanzleramt unweit des Deutschen Bundestags. Wieso gab es eigentlich noch keinen Tourismusgipfel? Ja, wir haben ihn die ganze Zeit gefordert als FDP, aber leider ist die Bundesregierung dem nicht nachgekommen. Unverständlicherweise. Es gab ja dann auch durchaus einen Tourismusbeirat, wo der versucht, hier Dinge abzufangen. Der hat dann aber lächerlich wenig getagt, angemessen am Betracht der Situation, in der wir uns gerade befinden. Also insofern kann ich da nur mit großem Unverständnis drauf blicken, weil es wurde ja schon mehrfach gesagt, drei Millionen Arbeitsplätze. Das ist die Zahl, die eigentlich alles aussagt. Und wenn man dann anguckt, klar, in der Automobilbranche sind auch viele Leute beschäftigt, aber steht der Tourismus dem nur ein wenig nach. Und insofern denke ich, hätte das auch eine ebenso hohe politische Anerkennung im Kanzleramt verdient gehabt. Okay, wenn wir schon beim Thema Stellenwert der Politik sind, eine kurze Frage noch an alle drei. Mit der Bitte vielleicht wirklich zwei Sätze. Fühlt ihr euch, fühlen Sie sich denn eigentlich wirklich auch ernst genommen mit Ihren Themen, wenn Sie die dann vorbringen, hier im Deutschen Bundestag und in der Regierung? Herr Kunz. Also das kann man nun wirklich nicht sagen, wenn man sich die letzten Ministerpräsidentenkonferenzen anschaut. Mehrfach wurde versprochen, der Tourismus wird, dafür wird eine Öffnungsstrategie, eine sichere, gerechte Öffnungsstrategie vorgelegt. Und wir warten bis heute drauf. Wir setzen jetzt darauf, dass am 22. März endlich diese Strategie kommt. Und das fordern wir auch ein. Das wäre das nächste Treffen der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin. Vielen Dank, Anke Budde. Nein, wir fühlen uns nicht ernst genommen. Das RKI, das Bundeseigene Institut, hat es ja bestätigt. Reisen ist nicht der Pandemietreiber. Wir haben hervorragende Hygienekonzepte vorgelegt, die funktionieren. Wir haben uns selber als Touristiker davon überzeugt. Wir haben gezeigt, Reisen kann auch mit Corona funktionieren. Und man hört uns zwar zu, aber ich weiß nicht, ob man uns versteht. Ich glaube, das sind so zwei verschiedene Aspekte, die man hier betrachten muss. Herr Fiebig. Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Und es kommt nichts raus, was uns ermöglicht, wieder unser Geschäft aufzubauen. Das ist das Entscheidende. Wir finden auch natürlich mal Zustimmungen. Aber entscheidend ist das, was sich dann politisch auch durchsetzen lässt und was dann wirklich stabile Rahmenbedingungen da sind. Und das ist extremst enttäuschend. Wir können unser Geschäft im Moment nicht wirklich wieder starten. Vielen Dank. Ich würde gerne überleiten zum nächsten Themenschwerpunkt. Nochmal die Bewertung der Beschlüsse, die ja letzte Woche auch gefasst wurden. Anke Bode, wie war denn deine erste Reaktion auf diesen Fünf-Stufen-Plan der Bundesregierung? Du hast das RKI jetzt schon mehrfach angesprochen. Wieso hört denn die Politik eigentlich nicht auf die eigenen Experten, die sie bezahlt? Ehrlicherweise, ich weiß es auch nicht. Weil sie hören ja offensichtlich immer wieder auf ihre Experten. Aber nicht, wenn es ums Thema Reisen geht. Es war enttäuschend, dass Tourismus da nicht stattgefunden hat. In dem Beschluss, ich darf nach Mallorca reisen, aber nicht ins Ferienhaus an der Ostsee. Wie soll ich das erklären? Ich darf in der Berliner Platte sein, aber nicht zu zweit irgendwo im Spreewald Urlaub machen und mich ein paar Tage ausruhen. Gastronomie. Sie haben es ja über den ganzen Sommer gezeigt, wie es funktioniert. Es ist eigentlich kein Grund da, es nicht zu machen. Und wir hatten es in der letzten gemeinsamen Gespräche auch mit Herrn Barreis angesprochen. Dann sollen Sie wenigstens mal ein Pilotprojekt starten. Das ist einfach mal ausprobieren, testen. Und ja, aber auch das ist leider verpufft. Lieber Herr Fiebig, die Verbände der Reisewirtschaft haben ja jetzt unlängst ganz viele Konzepte und Pläne vorgelegt. Ich fand, das war sehr überzeugend. Das hatte Hand und Fuß. An der einen oder anderen Stelle waren sie sogar strenger, glaube ich, mit sich selbst, als das vielleicht tatsächlich notwendig gewesen wäre, beziehungsweise wie ich da vorgegangen wäre. Aber warum verordnet die Politik dann weiterhin Stillstand, wenn die Konzepte auf dem Tisch liegen, wenn man viele, viele gute Ideen vorgebracht hat? Das würde mich interessieren. Und Stichwort internationaler Reisepass, der Impfpass, das könnte ja wirklich auch ein interessantes Instrument sein, um auch international den Reisemarkt wieder in Schwung zu bekommen. Wie schätzen Sie das ein? Absolut. Ich fange mal mit dem Impfpass an. Hier ein digitaler Impfpass. Das ist das, was im Moment diskutiert wird, der dann auch international Anwendungen findet. Das begrüßen wir sehr. Da kann man wegen mir auch noch entsprechende Testergebnisse mit dokumentieren. Aber was am allerwichtigsten ist, dass wir mal erst was zu dokumentieren haben. Wir haben im Moment 5% Impfquote. USA sind mit 320 Millionen Mitbewohnern Ende Mai durch. Also das, was hier bei der Impfung in Deutschland stattfindet, entspricht nicht den Erwartungen und sollte auch nicht den Möglichkeiten eines der führenden Industrienationen entsprechen. Das ist im höchsten Maße enttäuschend. So, und dann können wir uns, wenn die alle geimpft sind, ich würde gern die Diskussion haben, lass uns alles tun, dass das Impfen hier nicht verbürokratisiert wird und schnell durchgeführt wird an allen Stellen, wo es möglich ist. Wir können uns auch über einen Impfpass unterhalten. Das ist aber für mich nachgelagert. Weiter Schritt. Kann ich wegen mir auch mal erst auf den Zettel schreiben, dass der geimpft ist? Das ist nicht das Entscheidende. Ich muss was zu dokumentieren haben und das dann gerne perspektivisch auch in einem internationalen, digitalen Impfpass. Das erleichtert sicherlich das Reisen dann außerordentlich. Aber es muss einfach jetzt Gas gegeben werden beim Impfen. Das ist wirklich fast zum Schämen, was hier abläuft im internationalen Vergleich. Vielen Dank, Herr Fiebig. Jetzt noch mal die Frage nach Frankfurt, liebe Frau Hedorfer. Wie sieht denn das Ausland die Situation gerade beim Thema Impfen in Deutschland? Und was würde denn im Positiven so ein internationaler Impfpass bedeuten, um auch Deutschland als Reiseland dauerhaft weiterhin attraktiv zu halten? Ja, also ich zitiere unsere Kunden. Sie sprechen es an. Wir blicken internationale Gäste auf das Thema Sicherheit und Gesundheit. 23 Prozent sagen, und das ist die höchste Nennung, im Kontext dessen, was wichtig für die nächste Reise ist, Sicherheit. Und ich glaube, wir sind gut beraten, das auch ernst zu nehmen. Das ist ja ein breites Spektrum, wenn es um Sicherheit geht. Tests, Impfungen und so weiter. Die höchste Nennung hat Impfung. 89 Prozent sagen, und das ist die höchste Nennung, die Impfung hat Einfluss auf meine Reiseentscheidung. Sprich, ich möchte geimpft sein, beziehungsweise Testing wird als zweites genannt, dann mit 54 Prozent hoher Nennung. Also das ist wichtig im Mindset der Reisenden. Und keine Quarantäne. Ich glaube, das sollten wir auch noch mal ansprechen. Die Quarantäneregelungen sind sehr unterschiedlich in Europa. Und auch hier brauchen wir eine gemeinsame Draufsicht, dass mit Test dann auch Bewegungsfreiheit in der Destination möglich ist. Das gilt, wenn wir ins Ausland reisen und umgekehrt nach Deutschland auch. Also der Kunde hat es sehr wohl im Fokus. Gleichzeitig hat Deutschland immer noch gute Noten im Gesundheitsmanagement. Ich kann es nur aus den Messungen sagen. Wir sind regelmäßig im Feld. Und dort wird diese German Gründlichkeit eben auch als etwas Beruhigendes gesehen. Da mag der eine oder andere nun schmunzeln oder nervös werden. Ich kann nur sagen, wir haben nach wie vor ein hohes Standing. was unser Land angeht im internationalen Kontext und hohe Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, auf die müssen wir jetzt auch zählen und schnell hier auch dafür sorgen, dass wir diese Credibility nicht verlieren, beziehungsweise jetzt im Wettbewerb ins Hintertreffen geraten. Es gibt ja viele Destinationen, die winken jetzt schon. Spanier erlauben, Briten zu reisen in Korridoren etc. Es ist ja viel Bewegung. Und hier muss Deutschland auch sehen, dass es anschlussfähig bleibt. Ich will das mal so postulieren. Die Kunden auf alle Fälle haben hohe Sympathie für Deutschland. Das können wir jetzt abholen. Und wir brauchen es vor allem auch wirtschaftlich. Wir brauchen es für die Betriebe. Ich denke nicht, dass wir uns noch einen Sommer leisten können, ohne dass wir den Wirtschaftsfaktor Tourismus auch wieder zum Schwingen bringen. Also ich glaube, die ganze Runde musste gerade ein wenig schmunzeln bei der German Gründlichkeit, liebe Frau Hedorfer. Aber schmunzeln und ein bisschen lachen ist in diesen Zeiten vielleicht auch nicht das Schlechteste. Lieber Norbert Kunst, der Deutsche Tourismusverband hat ja jüngst auch ein eigenes Öffnungsmodell vorgestellt. Ich glaube, vier Säulen. Ich fand das sehr überzeugend. Vielleicht können Sie uns Ihren Plan noch mal kurz vorstellen. Naja, im Kern geht es ja darum, dass wir überlegen müssen. Ich meine, wir haben ein Jahr Pandemie. Und wir müssen überlegen, wir haben den Menschen, den Betrieben Rechte weggenommen, um die Pandemie zu bekämpfen, um unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Und es muss jetzt darum gehen, nach einem Jahr zu schauen, wie kann man den Menschen schnellstmöglich ihre Freiheitsrechte, ihre Grundrechte wieder zurückgeben. Das war die Maßgabe für unser Papier, für unsere Strategie. Und das Einzige, und darauf wurde ja schon hingewiesen an dieser Stelle, das Einzige, was wir auf diesem Weg tun können, ist das, was Reisen ja ausmacht, sicher zu sein, zu verstärken. Denn jemand, der nicht infiziert ist und sich auf eine Reise begibt, ist ja gar keine Gefahr. Also haben wir vier Säulen dargestellt. Und ich glaube, die müssen auch überzeugend sein für alle. Und ich glaube, die ganze Branche hat irgendwie auch diese vier Säulen alle mit dabei. Das ist das Thema Impfen. Und das ist ja auch ein Konzept, glaube ich, wenn ich einhaken darf, das haben Sie ja mit vielen anderen auch abgestimmt. Das stammt nicht nur allein aus Ihrer Feder, federführend war Ihr Verband natürlich tätig, aber das hat eine breite Mehrheit, die das mitträgt. Richtig. Einmal natürlich innerhalb unseres Verbandes. Wir sind ja ein großer Verband und da gab es natürlich viele leidenschaftliche Diskussionen. Und in der Tat, danach haben sich auch viele Verbände auf diesem Konzept auch angeschlossen, was uns sehr gefreut hat. Die vier Säulen impfen, testen, Kontaktnachverfolgung, aber bitte nicht nach einem Jahr immer noch auf Papier versuchen, die Pandemie zu bekämpfen. Also das, was Sie mit der Luca-App erleben, also sorry, aber ein Jahr danach ist ein bisschen spät, muss ich sagen. Da sind andere Länder wesentlich weiter. Und das vierte, die vierte Säule sind die Schutz- und Hygienekonzepte. Da hat ja Deutschland Tourismus. Alle Anbieter haben gezeigt, wie es geht und wie man Mitarbeiter schult, wie man die Betriebe sicher macht. Also mit diesen vier Säulen können wir Tourismus anbieten, Reisen anbieten, die Betrieben eine Zukunft geben, eine Perspektive geben. Wir haben das noch mit einem einfachen Ampelsystem verknüpft, weil wir haben uns gesagt, es bringt am Ende des Tages nichts, wenn wir ein Ampelsystem mit 20 Stufen haben, von hellgrün über dunkelgrün bis alle möglichen Rotschattierungen und Gelbschattierungen, sondern eins, was am Ende auch verstanden wird, grün, gelb, rot. Und da haben wir gesagt, wir akzeptieren die 50er-Inzidenz. Ab dem können touristische Angebote vor Ort gemacht werden. Das muss immer überprüft werden. Wir werden mit Impffortschritten natürlich wesentlich auch weiter nach oben gehen können, dort an der Stelle, ohne dass es Folgen hat für unser Gesundheitssystem. Stufe Gelb bis 35, da muss man aufpassen. Also 35 bis 50, da sind Einschränkungen an einen oder anderen Stellen notwendig. Testen natürlich steht ganz weit im Vordergrund. Und unter 35 ist Tourismus auch möglich. Ich nehme ein Beispiel. Heutzutage, während wir heute sitzen, hat der Landkreis Kaiserslautern eine Inzidenz von unter 25, unter 20 sogar. Wie wollen Sie den Menschen in Kaiserslautern erklären, dass sie Oster nicht an die schleswig-holsteinische Küste nach Dithmarschen oder Ähnliches fahren können mit ebenfalls zu ungefähr 20 Inzidenz? Und da sind wir sozusagen schon längst in einer Entwicklung, wo sich zeigt, dass mit diesen vier Säulen, Reisen innerhalb von Deutschland, aber auch zu unseren ausländischen Nachbarstaaten natürlich möglich ist. Da sind wir uns in der Branche völlig einig, dass wir diesen Weg aufzeigen müssen und den Betrieben, den Reisenden da eine Perspektive geben müssen. Und das möglichst schnell. Ich muss gestehen, ich habe alles verstanden, Herr Kunst. Das heißt, Ihr Konzept ist in der Tat einfach und verständlich für jedermann. Jetzt sind ja viele Öffnungs- und Stufenpläne auf dem Markt, lieber Roma Müller-Böhm. Die Bundesregierung hat letzte Woche da so ein bisschen was vorgelegt. Das habe ich nicht ganz so gut verstanden, muss ich gestehen. Aber auch die Bundestagsfraktion der Freien Demokraten hat ja ein eigenes Stufenkonzept vorgelegt. Vielleicht kannst du uns mal kurz darstellen, was die FDP möchte und wie du auch die Ergebnisse der letzten Woche bewertest. Ja, also ich glaube, dass man da tatsächlich eher von einer Art Täuschungsmanöver der Bundesregierung sprechen kann. Das wurde von der Öffnungsvater Morgana gesprochen. Ja, so kann man es auch nennen. Das ist im Grunde austauschbar. An der Stelle, ja, ich würde sagen, man hat versucht, über Öffnungen zu reden, ohne aber konkret eigentlich eine Situation zu kreieren, dass es wirklich zu einer Öffnung führen kann. Und mit den Regelungen, die da getroffen wurden, sind wir in weiten Teilen doch davon sehr weit entfernt, wirklich auch nur annähernd an ein Urlaubsgefühl, an ein touristisches Lebensgefühl heranzukommen. Also ich sage jetzt mal auch das, was jetzt geht aktuell, dass man irgendwo mit Termin vielleicht wieder in den Geschäften hinein kann oder so. Somit kann man ja kein echtes öffentliches Leben gestalten. Das ist ja sehr lächerlich. Und gerade wenn man das dann nochmal weiterdenkt Richtung Reisen, wurde nichts da an der Stelle beschlossen. Wir haben da einen Sechs-Stufen-Plan vorgelegt, der sehr ausführlich beschreibt, bei welchen Inzidenzen das möglich sein soll. Ebenfalls halt eben auch durchaus auch mal die Frage aufgreift, was muss sozusagen getan werden bei den Stufen selbst noch, um auch das dann möglich zu machen. Man muss auch auf den Umstand eingehen, dass wenn man mehr testet, halt eben auch die Anzahl der Dunkelziffer, die aktuell doch wahrscheinlich immer noch da sein wird von Leuten, die Corona haben, aber gar keine Symptome haben, also die gar nicht merken, dass sie krank sind oder beziehungsweise, dass sie dieses Virus in sich tragen, dass das ansteigt. Dadurch würden die Inzidenzwerte aber künstlich verfälscht werden beziehungsweise würden sich verzögern in eine Richtung, die im Grunde da an der Stelle gar nicht passend ist. Insofern glaube ich, ist da mehr Offenheit oder beziehungsweise mehr Ehrlichkeit auch gefragt, dass man da differenzieren muss, zwischen welchen Fällen wir eigentlich auch reden. Ich glaube auch die Fallgruppe, die ja noch gerade im Winter sehr stark war, der Hotspot sozusagen in Alten- und Pflegeheimen, dass das nicht der Normalzustand sozusagen draußen in der Fußgängerzone ist oder am Strand oder wo auch immer oder irgendwo im Waldgebiet, sondern das ist halt eben ein Zahlenwert, das künstlich nach oben treibt, wo ich denke, da muss man deutlich bessere Differenzierungsmöglichkeiten haben. Das haben wir vorgeschlagen und zur Abstimmung gestellt. Natürlich ist die Regierung dem Erwarten nicht gefolgt, aber trotzdem bin ich froh, dass jetzt zunehmend die Debatte dazu anfängt, dass jetzt über diese Schritte endlich richtig groß gesprochen wird. Ich glaube, die Menschen merken einfach, dass es so nicht weitergehen kann. Erwartest du jetzt auch für die nächste Runde der Ministerpräsidentenkonferenz da mehr Bewegung in Sachen Tourismus? Also politisch fordern wir das ja die ganze Zeit, dass da auf jeden Fall mehr Sprung reinkommt. Es bleibt abzuwarten. Also ich habe hier das Gefühl, dass auch die Ministerpräsidenten extrem uneins sind. Da gibt es Ministerpräsidenten wie Herrn Söder, der ja quasi nach wie vor sehr, sehr restriktiv das Ganze handhaben möchte. Es gibt aber auch Beispiele wie jetzt Herr Günther, der jüngst ja noch gesagt hat, es ist vielleicht möglich, Urlaub auch an Ostern zu machen. Ich glaube, da muss man gucken, dass sie sich irgendwie übereinbekommen. Mein Gefühl ist nur, dass das die Funktion des Kanzleramts wäre, hier vielleicht auch mal einen optimistischen Lösungsweg aufzuzeigen. Und genau das passiert leider nicht. Der Bund sollte hier vorangehen, auch mal vielleicht zeigen, dass wir es drauf haben als eine große Industrienation und das tun wir nicht. Wir versagen da an so unendlich vielen Stellen und das ist da wirklich schon extrem beschämend. Das wurde ja gerade schon richtig gesagt, dass wir es da nicht einfach besser machen. Vielleicht noch ein Satz zur Frage, wieso wird das eigentlich alles in diesen Runden besprochen, der Ministerpräsident mit der Kanzlerin und nicht hier im Deutschen Bundestag? Auch das ist etwas, was mindestens mal fragwürdig ist, weil die Verfassung sieht so eine Runde gar nicht vor. Aber das ist so in der Form nicht niedergeschrieben, dass eigentlich die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin da beraten, sondern es müssen Parlamente tun. Und sicherlich muss man da schon immer sehr genau hinschauen. Wir haben mehrfach eingefordert, dass wir nicht nach diesen Runden im Parlament und im Plenum darüber sprechen, sondern bereits davor, dass im Grunde die Bundeskanzlerin aus dem Parlament den Willen der Fraktionen mitnehmen kann und dann in diese Runden geht. Und genauso das Gleiche wäre auch zu erwarten eigentlich von den entsprechenden Landesregierungen, dass sie den Willen der Fraktionen aus dem Parlament vorher abfragt und nicht erst danach nur berichtet und dann der übliche Schlagabtausch beginnt. Aber leider ist da keine Besserung in Sicht. Ich kann nur sagen, dass wir uns als FDP aber dennoch weiterhin stark dafür machen werden, dass es da deutlich offener zugeht und auch transparenter zugeht gegenüber der Bevölkerung. Denn niemand kann sehen oder wirklich sich angucken, was in dieser Runde gesagt und besprochen wurde. Das Parlament wird immer live im Fernsehen übertragen. Ich glaube, das wäre schon der angemessenere Ort dafür. Das nächste Treffen ist kurz vor Ostern, wenige Tage. Deswegen nochmal jetzt abschließend für diesen Themenkomplex die Frage an Sie drei mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wie schnell kann denn eigentlich der Tourismus, diese ganze Kette, das ist ja nicht nur einer, das sind ja viele, es sind viele Zahnräder, die ineinandergreifen. Wie schnell kann denn eigentlich alles hochgefahren werden, Herr Fiebig? Ja, ich glaube, die Reisewirtschaft ist da relativ flexibel und auch leistungsfähig, relativ schnell die Dinge wieder hochzufahren und die Charterketten entsprechend aufzustocken. Was es für uns braucht, ist auch als Basis, die Quarantäne-Regelung muss weg. Sie muss ersetzt werden durch ein intelligentes Testverfahren, wegen mir ziemlich flächendeckend, wenn ich in den Flieger steige, wenn ich aus dem Flieger steige, wenn ich in den Transferbus gehe, im Hotel, was auch immer. Wir haben da Vorschläge gemacht, die im Übrigen auf der Fachebene der zuständigen Ministerien auch einheitlich abgestimmt worden ist. Und das liegt da und die Politik macht hier nichts. Das wäre für uns, für den internationalen Verkehr, die Basis. Quarantäne weg und ein entsprechend intelligentes Testregime. Dann könnten wir starten, weil das die Quarantäne. Ja, man kann nach Mallorca fliegen, aber viele schrecken davor zurück. Sie sagten das eben an anderer Stelle. Die Quarantäne schreckt ab, eine Buchung zu tätigen und den sehnlichsten Urlaubswunsch auch entsprechend umzusetzen. Und die Quarantäne, das muss man ja auch sagen, die ist ja, was die gesundheitliche Vorsorge angeht, ziemlich wirkungslos. Sie ist völlig unkontrolliert. Ich weiß nicht, ob Sie mal mit Leuten gesprochen haben, die in diese Quarantäne mussten. Ich weiß, glaube ich, schon viermal in Quarantäne. Es gibt Schöneres im Leben. Ich kenne keinen Fall, wo überhaupt mal Kontakt von dem Gesundheitsamt aufgenommen worden ist. Das heißt, es ist völlig unkontrolliert. Und ein entsprechend clever aufgesetztes Testsystem bringt eine sehr viel höhere Sicherheit als dieses völlig nutzlose Quarantäne. Ich laufe immer gerne mit dem Beispiel der Kanaren rum oder Balearen. Die haben im Moment eine Inzidenz von 20, 25 oder was. 20 oder 20 sogar. Und derjenige, der jetzt dann von Mallorca zurückkommt und hier nach Berlin und der wohnt in Neukölln, wo wir eine Inzidenz von 107 haben, der muss nach dieser Regelung in Quarantäne. Da frage ich mich, vor wem soll denn da geschützt werden? Und dieser Irrsinn, der inhaltlich überhaupt keinen Sinn macht, der muss jetzt mal abgeräumt werden. Und das gilt für Deutschland genauso. Nur ein Beispiel. Ich bin jetzt nicht für den Deutschlandtourismus hier. Aber dass Ferienwohnungen beispielsweise auch nicht zumindest mal die Politik dieses Ventil nutzt, um mal die Ferienwohnungen, wenn man noch argumentiert, obwohl die viel getan haben und ich glaube, da gibt es auch kein wirklich hohes Gesundheitsrisiko in den Hotels und Pensionen. Die haben viel getan, Abstand und Hygiene. Aber selbst wenn man das mal sagt, das ist mir noch zu unsicher. Ferienwohnungen. Ich habe eine Ferienwohnung in Husum. Da fahre ich mit der Familie mit dem Auto hin. Da kenne ich keine Maus. Da werde ich mich nicht mischen großartig. Ich gehe zweimal in der Woche in den Rewe. Das mache ich hier genauso, um mir die Frühstückseier zu kaufen. Wo ist die erhöhte Inzidenzgefahr, die höhere Infektionsgefahr, wenn ich eine Ferienwohnung in Deutschland entsprechend hier nutze? Und das verstehe, das ist so unflexibel und das hat damit zu tun, dass man eben keine Präzedenzen, glaube ich, schaffen will. Man muss einfach mal den Mut haben, das, was geht, zu machen, egal was vielleicht die Wirkung ist. Und da fehlt der Politik aus meiner Sicht der Mut. Das gilt für Mallorca, das gilt für Deutschland, das gilt insgesamt. Und wenn wir hier keinen Drive reinkriegen, da wird ein so wirtschaftlicher Schaden angerichtet. Und das können wir mit den... Irgendwann lässt sich der nicht mehr reparieren. Das ist meine große Sorge. Lass das nutzen, was gesundheitlich vertretbar ist, was wir machen können. Und das auch konsequent nutzen. Und dann kriegen wir auch, was die Bevölkerung angeht, sicherlich schon eine höhere Gefolgschaft, was die entsprechenden Maßnahmen angeht. Weil das sind die Beispiele, wo die Leute sagen, das ist ja ein Irrsinn, was hier passiert. Also beim Thema Quarantäne haben Sie, glaube ich, den Nagel auf den Kopf getroffen. Es gibt jetzt auch einige Gerichtsurteile genau zu dem Thema, zum Beispiel das Oberlandesgericht Münster, wenn ich das richtig weiß. Aus diesem Grunde ist in NRW die Quarantäneregelung gekippt worden. Aber nochmal zurück zu meiner eigentlichen Frage nochmal an Anke Budde und Herrn Kunz. Wie schnell kann hochgefahren werden? Und Frau Hedorfer, vielleicht können Sie auch nochmal gleich zwei Sätze zum Thema Quarantäne sagen und was das mit ausländischen Gästen denn macht. Aber ich würde zunächst das Wort der Anke Budde geben. Ich schließe mich dem Herrn Fiebig vollumfänglich an. Ich sehe aber noch ein ganz anderes Problem beim Hochfahren. So schnell wird es nicht funktionieren. Unsere Mitarbeiter sind seit einem Jahr in Kurzarbeit und die Fachkräfte sind zum Teil abgewandert in andere Branchen, in krisensichere Branchen. Und wir werden erst mal das Problem haben, dass wir wieder Personal finden müssen. Ich denke, das ist nicht nur im Reisebüro und beim Reiseveranstalter, sondern auch in der Gastronomie, in der Hotellerie so, dass dort die Fachkräfte fehlen werden. Und ich denke, das wird uns vor eine echte Herausforderung stellen. Norbert Kunz. In bestimmten Segmenten geht es ganz schnell. Eine Ferienwohnung kann schnell aufgeschlossen werden. Es gibt andere Segmente, da rechnen wir schon mit 14 Tagen. Da müssen ja Lieferketten auch wieder in Gang gesetzt werden. Aber das ist schon das richtige Beispiel, was Herr Fiebig auch gerade nannte. Ferienwohnungen haben keinen einzigen Cent gesehen bei den Rettungshilfen. Weil die alle privatwirtschaftlich arbeiten und kein Gewerbe angemeldet haben. Keinen Gewerbeschein, keinen Gewerbeschein aus Vermietung und Verpachtung sozusagen geben die das an. Das heißt aber nicht, dass sie nicht investieren. Die investieren in Qualität. Die investieren in Qualitätssiegel. Die investieren in das Marketing auch ihrer Ferienwohnungen. Und wir haben 10.000 Anbieter in Deutschland, die an der Stelle völlig ohne irgendeine Einnahme dastehen. Und natürlich auch überlegen, Stichwort, was Frau Brutter auch gerade sagte, wollen wir überhaupt noch auf diesem unsicheren Markt bleiben oder verlassen wir das Geschäft? Und das wäre das Schlimmste, was uns passieren kann, wenn die Bereiche, die sicher sind, nur weil die Politik nicht handelt, ganz, ganz hinten an die Kette gestellt werden. Und am Ende des Tages als Angebote uns verloren gehen im Deutschlandtourismus. Weil das macht ja die Vielfalt unseres Landes aus, dass wir vom Hotel bis zur Ferienwohnung, Haus, Boot, Campingplatz, alles im Angebot haben, zu guter Qualität. Vielen Dank, Frau Hedorfer. Thema Quarantäne beschäftigt sicherlich auch den einen oder anderen Reisenden im Ausland, der nach Deutschland kommen möchte. Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Das gilt genauso für europäische Gäste, für Italiener, für Franzosen, für unsere Holländer, den wichtigsten Quellmarkt. Quarantäne ist ein Reisehindernis. Du brauchst die Zeit dafür, du brauchst die Flexibilität mit deinem Arbeitgeber. Also ich denke, das ist uns allen klar. Und genauso ist es eben testen, testen, testen und die Chancen nutzen und vor allem auch digitale Lösungen einsetzen. Wir haben in der ganzen Reisekette so viele Touchpoints, wo du Kontakt mit dem Reisenden haben kannst. Und hier auch sehr viel besser Messungen beziehungsweise auch Ergebnisse prüfen kannst, als wie Herr Fiebig das beschrieben hat, im Hotel oder zu Hause in der Wohnung. Vielen Dank, wir haben Halbzeit und kommen wir jetzt zum Thema, welche Erwartungen haben Sie an die Politik? Und da geht meine erste Frage nochmal an den Präsidenten des DRV, Herrn Fiebig. Ich hätte Sie jetzt eigentlich fragen wollen, was sagen Ihre drei Wünsche an die Politik sind? Jetzt haben Sie aber schon so viel gesagt. Also testen, testen, testen. Quarantäne macht nicht so wirklich Sinn. Und wir müssen beim Thema Impfen vorankommen. Herr Fiebig, wird es künftig so sein, dass wir wie bei der Sicherheitskontrolle vor jeder Flugreise künftig noch einen Flughafen Test machen müssen? Also wie sieht das aus in Zukunft? Ich prognostiziere das. Ja, das wird wahrscheinlich so sein. Es sei denn, wir haben so eine hohe Deckung Geimpfter, dass die Herdenimmunität da ist und dass das nicht mehr notwendig ist. Aber ich gehe davon aus, dass wir das in diesem Jahr in jedem Fall noch sehen werden. Wir werden bis spät in den Sommer, den frühen Herbst brauchen, um überhaupt jedem eine Impfung angeboten zu haben. Wenn es dann gut geht, wir sind jetzt bei 5 Prozent, da muss noch sehr, sehr viel passieren. Aber ich glaube, das wird uns begegnen. Das wird uns vielleicht auch in Nachbarländern immer noch begegnen. Das Testen, was ja heute auch nichts mehr kostet, muss man sagen, gibt ja einen hohen Schutz. Und die Antigen-Schnelltests, die sind ja insofern durchaus verlässlich, dass sie die hohe Virenlast zum Zeitpunkt der Messung schon anzeigen. Und wenn das nicht anschlägt, das heißt nicht, dass sie es nicht haben, aber wenn das nicht anschlägt, dann haben sie auch für die nächsten Stunden, sind sie kein Infektionsrisiko. Das heißt, bevor ich in den Flieger einsteige, hier getestet werde und negativ bin, dann sollte das Risiko ausgesprochen gering sein. Und wir müssen alles tun, da bin ich bei Petra Hedaufer, wir müssen alles tun, um dem Sicherheitsgefühl unserer Kunden auch gerecht zu werden. Und wenn dann noch ein zusätzlicher Test dazugehört, dann sollten wir den auch machen. Denn Impfung steht ganz vorne und parallel müssen wir aber endlich auch zu diesem Testverfahren kommen, um diese blöde Quarantäne abzuräumen. Und meine Forderung ist, Politik besinnt euch endlich mal Platz, quatscht nicht weiter unsere Branche hier kaputt. Und guckt euch genau an, was geht und das setzt ihr um. Und was nicht geht, das wollen wir auch gar nicht machen. Wir haben genauso ein hohes Interesse wie ihr Politik daran, dass wir hier unsere Kunden, unseren Kunden, die nicht einem hohen gesundheitlichen Risiko aussetzen. Und auch das Gleiche gilt ja für unsere Mitarbeiter. Klare Worte von Norbert Fiebig. Liebe Anke Bode, die nächsten Demonstrationen sind schon wieder geplant. In der Woche, wo die Ministerpräsidenten zusammenkommen, haben die Reisebos, glaube ich, wieder eine Demo in Berlin geplant. Und letztes Jahr schon, ich glaube, du warst auf jeder, die so möglich war. Das war schon meistens die Anmelderin, ja. Du warst die Anmelderin, du hast das organisiert, richtig. Also offensichtlich habt ihr noch nicht den Glauben verloren, dass ihr auch damit was erreichen könnt. Also das würde mich nochmal interessieren, wie du das einschätzt. Und mit Blick auf die nächste Runde der Hilfen. Also es ist ja nicht davon auszugehen, dass am 1.7., wenn das aktuelle Hilfsprogramm ausläuft, gewissermaßen alles wieder okay ist. Sondern was wünschst du dir auch mit Blick auf die Reisebüros, auf die Reiseveranstalter, auch dann von der Überbrückungshilfe 4, die dann hoffentlich ab dem 1.7. kommt? Also durch die Tourismus-Demos haben wir natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit auch endlich in der Politik erreicht. Ich denke, die werden auch in Zukunft notwendig sein. Aber das wichtigste Signal, was eigentlich an die Politik zu senden ist, die Forderungen haben sich ja verändert. Ja, Überbrückungshilfen sind auch in Zukunft wichtig. Und es muss auch eine Überbrückungshilfe oder eine nach der Überbrückungshilfe geben, weil es wird eine Krise nach der Krise geben. Wir werden einen Tourismusaufbaufonds benötigen, um... Weil die Betriebe so viel von der Substanz aufgebraucht haben, weil die Altersvorsorge nicht mehr da ist. Weil die Substanz aufgebraucht ist, die Altersvorsorge sind da. Aber es muss natürlich auch erst mal massiv jetzt wieder investiert werden. Infrastruktur muss aufgebaut werden. Wir müssen ja auch mal schauen, was ist im Ausland passiert. Unsere Partner sind teilweise weg. Wir sind hier natürlich in Deutschland schon sehr dankbar, auch für die Überbrückungshilfen, die wir bekommen haben. Weil das ist natürlich keine Selbstverständlichkeit. Im Ausland sieht das ganz anders aus. Und dort werden wir erst mal wieder aufbauen müssen, die Infrastrukturen schaffen müssen. Wir müssen natürlich auch stark in Digitalisierung jetzt endlich investieren. Das ist natürlich auch wie ein Brennklass gewesen. Corona, wo hakt es in unserer Branche? Was können wir besser machen? Wo müssen wir besser werden? Aber ich denke, wir können hier zum Beispiel auch, die Frau Hedow hat das vorhin gesagt, mit den Gästen zum Beispiel auch die Nachverfolgungskette mit einer vernünftigen, mit dieser Luca-App zum Beispiel. Das ist eine tolle Idee. Man kann so einfach nachverfolgen, wer wo mit wem, ohne dass ich jetzt noch mit Papier, mit einem Fax wegschicken muss. Also das ist für mich nach einem Jahr Corona völlig unverständlich, dass das noch immer so ist. Oder wie ich jetzt gerade in der heimischen Presse gelesen habe, dass die Gäste in den Impfzentren weggeschickt werden müssen, weil es nicht funktioniert ist. Das sind Sachen, die, denke ich, die kommen auf den digitalen Weg gelöst. Und da muss natürlich auch unsere Branche mitarbeiten. Ich denke, wir müssen überlegen, wie weiter auch in Hygiene investieren. Wobei Hygiene ja schon immer ein großes Thema war im Tourismus. Also das ist jetzt nichts, was neu ist, weil der Gast möchte immer ein sauberes Hotelzimmer, der möchte immer am sauber gedeckten Tisch sitzen. Also Hygiene war schon immer ein ganz großes Thema. Aber natürlich jetzt mit Scheiben und so weiter, mit Masken wird hier noch mehr drauf geachtet. Es können weniger Tische dann im Gastronomiebereich gestellt werden. Aber es ist auch ganz wichtig, das Vertrauen der Kunden ins Reis wiederherzustellen. Und hier sehe ich auch die Politik in einer ganz starken Verantwortung und deswegen ein Tourismusaufbaufonds. Einfach einmal, ich hatte es vorhin angesprochen, die Fachkräfte, die wir zurückholen müssen. Wir müssen die teilweise wahrscheinlich neu wieder ausbilden, weil nach einem Jahr hat sich auch vieles verändert. Viele haben auch die Branche verlassen mittlerweile. Viele haben die Branche verlassen. Wir müssen Quereinsteiger oder neue Auszubildende suchen, müssen neu ausbilden. Es gibt natürlich auch sehr viel Rechtsunsicherheiten. Wir haben jetzt sehr viel gelernt, auch wieder über Recht. Da werden jetzt auch die Gerichte ja in Zukunft entscheiden. Das eine und andere ist jetzt vielleicht auch neu ausliegen. Das heißt, auch hier wird noch auf die Branche einiges zukommen. Aber wichtig ist halt auch das Vertrauen der Gäste in das sichere Reisen wiederherzustellen und uns eben auch darauf verlassen zu können, dass nicht jedes Bundesland dann teils aus Eigensinn, teils aber auch aus Wahlkampfgetöse. Ich meine, wir befinden uns ja in einem Wahljahr auch dieses Jahr, dass dann hier jeder was Eigenes macht. Und das kann es nicht sein. Es muss eine sachliche Diskussion stattfinden. Und wenn eine gemeinsame Entscheidung getroffen ist, dann sollte die auch für das ganze Bundesland, im besten Falle noch sogar für die ganze EU gelten. Also eigentlich müsste es einen europäischen Tourismusgipfel geben, dass wir wenigstens mal in diesem Bereich aufmachen können und hier gemeinsam überlegen, wie können wir reisen und dann eben auch gemeinsam dem Verbraucher sagen, ja, es ist möglich. Und wenn du jetzt buchst, kannst du dich auch darauf verlassen. Bei einem unserer früheren Treffen hast du mal den klugen Satz gesagt, dass Reisen nicht per se das Problem ist, sondern am Ende immer das, wie sich die Leute vor Ort verhalten. Wenn sie die Regeln nicht einhalten, dann ist es fast egal, ob das in Berlin ist oder eben im Ausland. Ich habe mir den übrigens geborgenen Satz bei meiner letzten Rede. Er kam sehr gut an. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ich schenke ihn dir. Der Herr Fiebig hat es ja vorhin gesagt, wir haben auf Gran Canaria eine Inzidenz von 20. Der Kollege aus dem Vorstand der Reisebüro ist auch betreut, ist gerade auf Gran Canaria. Der andere Kollege war jetzt gerade auf Mallorca gewesen. Der musste übrigens nicht in Quarantäne, weil er war beruflich auf Mallorca. Deswegen durfte er nach 72 Stunden Quarantäne frei dann wieder hier sich bewegen. Und es ist ganz fabelhaft im Ausland. Ich bin letztens erst im Portoburgal gewesen. Es ist traumhaft schön und es ist halt immer die Frage, halte ich mich an die AHA-Regeln, dann passiert mir auch nichts. Wenn ich mich aber natürlich ins Partygetöse stürze, jeden, der mir über den Weg läuft, dann drücke und mache, ja, dann ist die Gefahr halt einfach höher. Dann wird schwierig. Also halten wir uns an die AHA-Regeln, dann klappt es auch mit dem Reisen. Also ein starkes Beloyer gefällt mir sehr gut. Und liebe Frau Hedorfer, wenn Sie demnächst zur Kanzlerin zum Kaffee eingeladen werden, was würden Sie ihr denn noch mitgeben, damit Sie Deutschland noch besser vermarkten können in Zukunft? Ja, was eine Frage. Also Sie dürfen auch gerne noch zu mir zum Kaffee danach kommen. Das ist gar kein Problem. Aber was wäre so der große Wunsch, das will ich damit sagen, noch an die Berliner Politik? Ein bisschen Geld haben wir draufgelegt. Wobei nochmal ist es jetzt im internationalen Vergleich, sind Sie wirklich eher unterbudgetiert als überbudgetiert. Aber was würden Sie der Kanzlerin beim Kaffee sagen? Ich halte Frau Merkel für eine äußerst kluge Frau und bin sicher, dass Impulse in Richtung Forschung und Investitionen in die Zukunft bei ihr auf offene Ohren stoßen. Ich glaube, wir können es schaffen, aus all den Learnings, die wir hier in dieser Pandemie ziehen, Digitalisierung ist angesprochen worden, aber auch das Thema Innovationsfähigkeit. Wir waren und sind führend und wir sollten es auch für den Tourismus besetzen. Ein Innovationszentrum, ein Zukunftslab für Europa, das von Deutschland gemanagt wird in Kooperation mit anderen Ländern, europäischen Korrifien, Professoren, Start-ups, glaube ich, würde uns gut anstehen, uns fit zu machen und die Expertise von außerhalb, aber auch hier in Deutschland zu poolen und daran zu arbeiten. Der Loss ist gewaltig. Ich glaube, die Misere, die Fehler sehen wir alle. Aber wie wollen wir weitermachen? Build Back Better, die Strategie, bin ja ein Fan davon, schon vor Corona gewesen, zeigt mir, dass wir uns auch ganz dringend, neben dem Alltag und dem ist völlig verständlich, was heute notwendig ist, auch mit zukunftsfähigen Konzepten beschäftigen sollten. Und das würde ich, Frau Merkel, gerne bei einer Tasse Kaffee nochmal so auf den Tisch legen. Ich glaube, da kann sie fast nicht Nein sagen. Bevor wir, Herr Kunst, gleich nochmal zum Deutschlandtourismus kommen, würde ich kurz noch eine Minute gerne beim Thema Reisen ins Ausland bleiben. Lieber Roma Müller-Böhm, das Thema Insolvenzabsicherung bei Pauschalreisen ist ja ein Thema, was jetzt seit mehreren Jahren, ich glaube, seit 2017 so ein bisschen auf dem Tisch liegt, was bearbeitet werden muss und spätestens seit der Thomas Cook-Pleite vor anderthalb Jahren hat man ja gesehen, dass der Handlungsbedarf ist. Ich glaube, der Steuerzahler 300 Millionen Euro dann nochmal reingebuttert, weil die Insolvenzabsicherung nicht ausgereicht hat. Jetzt hat die Bundesregierung endlich ein Papier auf den Tisch gelegt. Hat dich denn das Papier überzeugt? Also hat sich das Warten gelohnt? Und was sind denn die Vorschläge der FDP, wenn es um das Thema Insolvenzabsicherung geht? Ja, man kann sicherlich sagen, besser später als nie. Trotzdem gibt es da wohl an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich noch ein bisschen Korrekturbedarf. Also das ist ja jetzt nur die Idee, dass man nicht mehr die Reiseveranstalter dazu bringt, dass sie sich individuell bei einer Versicherung absichern dafür, dass sie möglicherweise ihr Pleite gehen und dann die Kundengelder, die bereits angezahlt wurden, nicht zurückzahlen können, sondern dass man dann das Ganze quasi noch zusätzlich mit einem Fonds, in dem alle Reise oder ein sehr, sehr großer Teil der Reiseveranstalter dann von jedem Kunden sozusagen einen Anteil dann abführen müssen. Das ist vom Grundsatz her, glaube ich, schon eine Idee, die in die richtige Richtung geht. Tatsächlich ist aber jetzt halt die Opt-out-Lösung für kleinste Reiseveranstalter oder für kleine Reiseveranstalter tatsächlich wahrscheinlich eine mit drei Millionen Euro Jahresumsatz, die etwas zu niedrig gewählt ist. Also da sind wir doch in einem Punkt, wo wir viele, viele Zuschriften bekommen und auch sehr viel berechtigten Input kriegen, dass sie sagen, das ist ein Konstrukt, wenn ihr das uns so aufzwingt, dann verlieren wir quasi komplett unsere Marge, so können wir nicht mehr wirtschaften. Und ich sage jetzt mal, ja, wir müssen da tätig werden als Politik, das ist gar keine Frage, weil sonst steht eine Staatshaftung auch irgendwann möglicherweise da im Raum. Aber man muss es auch halt eben so ausgestalten, dass da wirklich auch jetzt nicht gerade noch während und mit Corona dann jetzt die nächste Größe Hürde für die kleineren Reiseveranstalter kommen. Da sind ja auch oftmals die Reiseveranstalter, die jetzt, ich sage mal, im ländlicheren Raum, die die kleineren Strukturen dort mitmachen, die einen Busbetrieb mit dazunehmen und so weiter. Das sind nicht unbedingt, ich sage jetzt mal, das, wo jetzt der Breite beim Massentourismus drüber läuft und die jetzt quasi darüber, ich sage mal, abzustrafen dafür, dass es in der Vergangenheit Fehler gemacht worden sind, aber eher an größerer Stelle. Das wäre, glaube ich, eine Ungerechtigkeit, die muss man auch nachjustieren. Aber ansonsten, glaube ich, sind wir da auf einem guten Weg. Ja, zurück nach Deutschland, lieber Herr Kunz. Was sind denn die Wünsche mit Blick auf den Deutschlandtourismus? Und mich würde auch noch mal interessieren, wir haben das schon andiskutiert, Geschäftsreisen, Messe-Tourismus. Also wenn wir jetzt ITB in Berlin hätten, da wären die Hotels natürlich voll, die Taxis hätten zu tun und drumherum würde es auch viel Veranstaltungen geben. Vielleicht können Sie da auch noch mal zwei, drei Sätze dazu sagen, weil ich glaube, in diesem Bereich sind die Herausforderungen besonders groß. Absolut, wir hätten uns wahrscheinlich jetzt in der Messehalle getroffen und dort auch den ganzen Tag verbracht, weil wir dort viele Termine gehabt haben. Darf ich kurz auf Herrn Roman Müller-Böhm noch mal eingehen? Bitte, na klar. Weil das ist genau richtig, was Sie angesprochen haben. Ich glaube, wir müssen bei der Absicherung der Pauschalreise ja auch die Risiken im Blick haben. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Wir in Deutschland Tourismus haben wir einen Gelegenheitspauschalreiseveranstalter, hat einen Freizeitpark, hat daneben gesagt, Kommune hat unterstützt. Wir machen da noch ein kleines Feriendorf dahin. Das heißt, dazu gibt es dann das Ticket, die Eintrittskarte und zack ist man sozusagen drin im Geschäft. Die wollen wir ja gerade sozusagen, weil die können sich auch weiterhin am Versicherungsmarkt versichern. Das Risiko ist übrigens auch gering, wenn dort was passiert, reicht vielleicht ein Busticket oder eine Fahrkarte mit der Bahn oder eine Ferienwohnung, haben wir darüber gesprochen. Und das ist was anderes als, sage ich mal, die Spezialreise ins Ausland oder ganz weit weg, wo eben auch die Rückführungskosten dann im Notfall eben auch extrem hoch sind. Das heißt, wir wollen sozusagen, da sind wir uns bestimmt auch einig hier in diesem Kreis, so einen Mittelstandsdeckel auch einziehen an der Stelle, damit die, die eigentlich nicht die Betroffenen sind, möglichst auch am freien Versicherungsmarkt sich weiter versichern können. Wir schlagen einen Deckel von 15 Millionen Euro vor als DTV und halten den dann auch für diese Gelegenheitsveranstalter für sinnvoll, weil insgesamt muss natürlich was passieren, das ist auch unsere Meinung. Zu Ihrer Frage, also ich möchte da direkt mit Petra Hedorfer gerne antworten und das auch nochmal zuspitzen. Wir haben im Deutschland-Tourismus wenig Wissen derzeit, wenig Wissen und das liegt auch an mehreren Punkten. Das liegt daran, dass wir Innovation zu wenig fördern. Der Haushaltstitel im Bundeswirtschaftsministerium für ganz Deutschland, für den Tourismus, für Innovation beträgt sage und schreibe 2,62 Millionen Euro, 2,62 Millionen Euro für eine gesamte Branche. Das heißt, wir sind da weit davon entfernt, dass der Bund Innovation im Tourismus unterstützt und fördert. Wenn man sich die staatlichen FUE-Kosten anguckt, wie viel kommt dann am Ende in den Tourismus, ist das irgendwie 0,00 und dann kommt irgendwo nach noch einer Null noch eine Zahl. Wir haben kaum noch Hochschulprofessuren in unseren staatlichen Universitäten. Das heißt, es wird weder gelehrt noch geforscht an den Universitäten, noch wird sozusagen der wissenschaftliche Nachwuchs am Ende unterstützt. Das ist eine Kette, die dort entsteht, wo wir wirklich Schlusslicht sind. Und da müssen wir zurück, mindestens in Mitte, ins Mittelfeld, wenn nicht an die Spitze des Zuges, zurück zu den Städten. Weil da wird das deutlich, da brauchen wir nämlich diese Innovation. Wir brauchen Antworten auf die Fragen, wie gehen wir mit unseren Städten um? Was macht Tourismus eigentlich? Wie sieht eigentlich ein Tourismus in einer Stadt der Zukunft aus? Welche Konzepte müssen da entwickelt werden? Wir haben tolle Beispiele. Wir haben das gestern gehört. Ich glaube, aus Duisburg war das der Fall. Da hat der Radtourismus in diesem Sommer das Geschäft in den Museen, in den Theatern extrem angetrieben. Weil Radtouristen, Reisemobilisten sind extrem kulturaffin. Und die wollen nicht nur in die Stadt erleben, sondern sie wollen dort auch Kultur erleben. Also vielleicht sind das so Punkte, die man untersuchen muss und wo Städte, da bin ich fest der festen Überzeugung, auch eine tolle Zukunft haben werden. Es gibt Problembereiche, das sind die Großveranstaltungen, das, was auch Städte ausmacht. Auch da machen uns andere Länder vor, wie es geht. Konzerte, Theater, Kulturveranstaltungen, große Sportevents. Österreich haben einen Schutzschirm für die Veranstalter. Da reichen 30 Prozent weniger Gäste und der Schutzschirm spannt sich über die Veranstalter auf. Ich frage mich, wo ist in Deutschland ein solcher Schutzschirm, was Österreich kann, können wir doch schon lange. Also ich finde es ein spannender Impuls, wenn wir beim Thema Know-how sind. Was viele nicht wissen, das Referat, das Tourismusreferat im Bundeswirtschaftsministerium, dem federführenden Ministerium für den Tourismus, das hat zehn Planstellen, wenn ich das richtig im Kopf habe, und die sind nicht mehr alle besetzt. Und wir sprechen hier von einer der Top drei Wirtschaftsbranchen in Deutschland. Ich glaube auch, die Politik muss in Sachen Know-how aufrüsten. Und ich glaube auch, dass die Beratung, die wir haben, wirklich ausgebaut werden muss. So, jetzt kommen wir langsam auf die Zielgerade zu unserem letzten Themenschwerpunkt, nämlich wie geht es weiter? Wir wollen den Blick zusammen jetzt nach vorne richten. Und da fange ich mal an mit Frau Hedorfer in Frankfurt. Vielleicht können Sie uns noch mal darstellen, was sind denn aus Ihrer Sicht die großen Zukunftsthemen, Trends im Tourismus? Ich denke mal, das Thema Nachhaltigkeit werden Sie gleich ansprechen. Aber was ist daneben noch in den nächsten Jahren zu erwarten? Ja, zuallererst hoffe ich, dass wir zu alten Wachstumszahlen wieder aufschließen können. Ich habe es gesagt, aus Kundensicht besteht Hoffnung. Wir brauchen dafür eine Infrastruktur, die offen ist, haben wir eben auch angesprochen. Also werden die Theater, die ganzen Kulturbetriebe, die Off-Szene, Frau Budde hat es erwähnt, werden die überleben? Ist das Angebot nach wie vor da, das Reisemotivation und Reiseabsicht auch stützt? Wenn wir das sicherstellen können, glaube ich, dass wir in einer Aufschwungphase in den nächsten zwei, drei Jahren, das zeichnet sich ab in vielen Analysen, erst mal dieses Tal, den tiefen Verlust wieder kompensieren werden müssen. Also aus dem Ausland die Nachfrage wieder auf ein Niveau von 90 Millionen Euro zu bringen, hängt ganz stark von der Entwicklung des Geschäftstourismus ab. Lassen Sie mich dazu noch zwei Sätze sagen. Geschäftsreisende werden sicherlich auch, was die ökonomischen Voraussetzungen und Travel Budgets angeht, in den Travel Management Abteilungen der großen Konzerne ein striktes Reglement vorfinden. Das heißt, werden all diese Reisen in Zukunft auch noch stattfinden unter ökonomischen Gesichtspunkten? Art 1, Art 2, es wird Substitute geben, virtuelle Formate, die wir jetzt alle gelernt haben. Natürlich wünschen wir uns alle, dass jede persönliche Begegnung wieder möglich ist. Aber viele Studien zeigen und Forecasts, dass hier für uns eine besondere Gefahr liegt in dem Segment Geschäftsreisen. Von bis zu einem Drittel Loss, der nicht wieder kompensiert werden kann, ist die Rede. Also das sind schon dramatische Veränderungen, die da auf uns zukommen. Gleichzeitig haben wir Chancen, uns zu dem Thema, Sie haben es angesprochen, Nachhaltigkeit noch besser zu positionieren. Und Nachhaltigkeit ist für mich kein Kontradiktum zu Wachstum. Also nachhaltiges Reisen und hier am Standort Deutschland haben wir ideale Voraussetzungen. Wir sind im Sustainable Development Index der UN auf Platz 5 von über 166 Ländern. Wir haben gute Infrastruktur, nachhaltige, zertifizierte Angebote. Wir können uns hier tatsächlich als nachhaltiges Reiseziel noch besser positionieren. Ich glaube, der Weg dafür ist gezeichnet. Vor allem, weil die jüngere Generation dieses Thema auch intensiver sucht. Die Corona-Krise ist hier ein Beschleuniger. Gestern haben wir bei Euromonitor und Statista, auch während der Eröffnung, Norbert Fiebig war ja dabei zur ITB, sehr interessant gesehen, dass das Thema Nachhaltigkeit in vielen Surveys rasant an Bedeutung gewinnt. Mag sein, dass das in unterschiedlichen Quellmerken, noch unterschiedlichen Niveaus ist, aber hier haben wir eine Chance. Und ich will auch noch mal was zum Städtetourismus sagen. Interessant ist, dass in vielen Kundenbefragungen der City Life Enthusiast, also der Städteliebhaber, der auch aus dem städtischen Milieu kommt, wo er lebt und zu Hause ist, zu den First Movern gehört. Also die werden als allererster wieder reisen, weil das in ihrem Lifestyle, in ihrem Habitus ein Element ist, das man sich nicht nehmen lassen will. Also wir haben Chancen, wenn die Infrastruktur und wir aufmachen und auch all diese Veranstaltungen wieder stattfinden, die Reisende anziehen, große Ausstellungen, Theaterkonzerte, dass wir sehr schnell auch wieder Anschluss finden. Die Nachhaltigkeit per se verknüpft mit dem Thema Innovation ist, glaube ich, eine gute Kombination. Wir haben darüber gesprochen. Es gibt in der digitalen, emotionalen Erlebnisqualität eine Menge Teaser, ich denke an Virtual Reality Erlebnisse, die wir jetzt alle genutzt haben in der Krise. Aber jetzt geht es darum, das persönliche, reale Erleben hier an unserem Standort wieder möglich zu machen. Und die Chancen sind da dafür. Es braucht kluge Politik, die jetzt die Weichen stellt und den Weg weist. Wir aus dem Deutschland-Tourismus sind, glaube ich, gut aufgestellt, hilft den Unternehmern, diese wirtschaftliche Lage zu überwinden, am allerersten, indem wieder Unternehmen aufmachen können und das möglich gemacht wird, sich um den Gas zu kümmern. Ein sehr schönes Plädoyer, wie ich finde, von Peter Herdorfer, der DZT-Vorstandsvorsitzenden. Herr Fiebig, wenn wir uns im nächsten oder im übernächsten Jahr wieder im Rahmen der ITB treffen, was ich sehr hoffe, wo steht dann die Reisewirtschaft zu diesem Zeitpunkt und wie pandemiefest sind wir im nächsten oder übernächsten Jahr? Ich glaube, in zwei Jahren sind wir wieder in den alten Zustand zurück. Das 2019-Niveau. Unsere Prognose ist für dieses Jahr, dass wir, wenn es gut geht, und das heißt aber, dass jetzt auch Öffnungsstrategien umgesetzt werden müssen, vielleicht 50 Prozent des Umsatzes des letzten Normaljahres 2019 erreichen. In 2022 rechne ich damit, dass wir wieder auf dem Niveau von 2019 sind. Immer vorausgesetzt, dass die Pandemie und nachfolgende Pandemien nicht wirklich uns hier einen Strich durch die Rechnung machen. Ich rechne damit, wenn die Impfung dann entsprechend lange Wirkung hat und auch entsprechend immer angepasst wird, wie ja die bekannten Grippeimpfungen an die Mutationen des Covid-Viruses, dass wir dann keine ernstzunehmenden Begrenzungen mehr aus dem Virus haben werden. Und wir in 2022 dann, das ist meine Hoffnung, sogar auf irgendeinem ITB-Stand, vielleicht des Deutschlandtourismus, auch noch ein Glas Riesling aus dem Rheingau zusammen trinken können oder aus dem Markgräfler Land. Das liegt Ihnen noch etwas näher. Ich bin noch mal das Weinbaugebiet nahe ein. Also die Liste von guten Weinbaugebieten ist, glaube ich, sehr lang. Er fängt sich übrigens sehr gut aus, denn er hat mal einen Villing-Schwenning gewohnt bei mir daheim für einige Zeit. Genau, da haben Sie ein bisschen reingeschmückt. Auf der Hammerhalte ist die Adresse. Auf der Hammerhalte, genau. Ja, aber ITB, das, was da jetzt digital abläuft, ist sicherlich ein Ersatz, aber ist kein Ersatz für die ja sehr von persönlicher Begegnung geprägte Tourismuswirtschaft. Das vermissen wir alle sehr. Und ich hoffe sehr, dass in 2022 die Welt auch an dieser Stelle wieder in Ordnung ist. Sie haben das sehr schön gesagt. Der Tourismus führt im Grunde die ganze Welt zusammen und bringt Menschen vor allen Dingen zusammen. Das ist, glaube ich, eine der ganz großen Stärken. Lieber Roman Müller-Böhm, in so einer Krise liegt ja immer auch eine Chance. Glaubst du denn, dass der Tourismus politisch gesehen, sagen wir, gestärkt auch aus dieser Krise hervorgeht? Es ist ja jetzt auch viel auf der Straße passiert mit Demonstrationen, was ich wirklich super fand. Und wann bekommen wir endlich unser Tourismusministerium im Bund? Ja, also ich glaube in der Tat auch, dass das letzte Jahr da durchaus, wenn man so will, da mal ein positiver Game Changer in der Politik war, was den Tourismus angeht. Aber ob es jetzt gleich ein Tourismusministerium gibt, das weiß ich nicht. Das muss man sagen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich werde auch mich weiterhin sehr stark dafür machen, dass der Tourismus da an der Stelle auch in der Politik den entsprechenden Rückhalt hat. Wir werden dann sehen, wie es dann mit den Koalitionsverhandlungen Ende des Jahres läuft. und ob dann halt eben ein Tourismusministerium dabei herauskommt. Ich sage mal, wir haben, glaube ich, alle jetzt gesehen, angemessen. Und in der Sache selbst wäre es, glaube ich, wohl auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal, was die Wahl dann am 26. September so bringen wird. Mir ist nur aufgefallen, tatsächlich da, wo in den Ländern der Tourismus sehr prominent, auch im Ministerium verankert ist, ich denke jetzt mal an Schleswig-Holstein, läuft jetzt wahrscheinlich über Ostern mehr als in den Bereichen, wo der Tourismus vielleicht eben nicht den Stellenwert hat, der ihm eigentlich gebührt. Ja, lieber Herr Kunz, was sind denn die Trends im Deutschland-Tourismus? Wie schätzen Sie das ein? Also Nachhaltigkeit, Digitalisierung auf jeden Fall. Natürlich das, was ich sagte, auch an vielen Stellen Hausaufgaben machen, auch die Folgen der Krise bewältigen. Stichwort Mais, Städtetourismus. Und wenn uns das gelingt, dann bin ich da wirklich sehr optimistisch, dass der Deutschland-Tourismus schnell wieder rauskommt aus der Krise. Wahrscheinlich sogar schneller als andere Bereiche des Tourismus. Weil die Menschen, ja, es ist ja auch viel Psychologie, die Menschen verlassen sozusagen ihr Homeoffice und der Radius wird immer weiter. Ja, gehe ich davon aus. Wir werden Bereiche haben, die werden sehr schnell starten. Wir werden, wenn das funktioniert, natürlich Camping haben, Reisemobile, Bootstourismus, die Hausboote, die Ferienwohnungen, über die wir gesprochen hatten, überhaupt die Unterkunftsbetriebe werden wieder öffnen. Und eins ist mir wichtig, und das gilt in Deutschland wie überhaupt beim Reisen auch weltweit. Nur ein geöffneter Tourismus kann auch für Sicherheit sorgen. Nur ein geordneter, geöffneter Tourismus kann auch für Sicherheit sorgen. Wir werden sonst erleben, dass die Menschen, ohne dass sie sozusagen die hervorragenden Schutz- und Hygienekonzepte haben, an Flughäfen oder an Großveranstaltungen, dass sie trotzdem sich treffen und begegnen wollen. Und deswegen, glaube ich, spricht auch dieser Aspekt sehr dafür, den Tourismus jetzt schnellstmöglich wieder eine Chance zu geben. Wir sind bereit als Branche, alle zusammen, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen das, auch wieder zu öffnen, weil sie sonst gar keine Perspektive haben und ans Aufgeben weiter nachdenken müssen. Wir haben einen Aspekt, auf den ich noch hinweise, wir brauchen einen sicheren Start. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Die Branche verkraftet, glaube ich, nicht einen sogenannten Jojo-Effekt. Also, dass wir in eine Situation kommen, wo wir aufmachen und dann kurze Zeit später wird wieder gesagt, das war's, wir müssen alle wieder runterfahren. Das heißt, wir brauchen wirklich einen sicheren, geordneten Neustart des Tourismus. Und das richtig am 22. März, wenn die Ministerpräsidenten sich treffen. Eigentlich schon viel zu spät, aber spätestens zu diesem Tag muss dieses Signal an die Branche gehen. Also hoffen wir wirklich im Sinne des Tourismus, der Tourismuswirtschaft, dass da ein ganz starkes Signal am 22. ausgeht. Und das ist, glaube ich, auch der spätmöglichste Zeitpunkt, um so ein bisschen auch positive Signale in die Branche zu setzen. Danke, Bruder. Ich habe ja, also Roman und ich, er hat übrigens jedes Reisebüro in NRW, glaube ich, besucht, was es da so gibt. Also er war unglaublich fleißig. Aber wir haben ja viel Kontakt auch mit vielen Mitgliedern von dir, insgesamt der Branche. Und ich treffe immer Leute, für die das echt ein Traumberuf ist, die das unglaublich gerne machen mit Herzblut. Aber trotzdem, das hattest du vorhin schon mal angedeutet, gibt es natürlich jetzt viele nach einem Jahr in der Kurzarbeit, die vielleicht auch sich kritisch überlegen, ist das eigentlich noch, hat das noch eine Zukunft? Ist das eine Sache, die ich weitermachen möchte? Was müssen wir denn machen? Was würdest du dir wünschen, damit eben weiterhin so viele tolle Persönlichkeiten auch in der Reisewirtschaft bleiben? Also die Tourismusbranche wird auch weiterhin ein Traumberuf bleiben. Es ist nun mal die schönste Branche von allen. Und das sage ich aus voller Überzeugung, da ich vor 20 Jahren quer eingestiegen bin aus der Industrie in den Tourismus. Wichtig ist, dass wir politische Rahmenbedingungen bekommen, die unseren Unternehmen eine Zukunftsperspektive geben. Also unsere Branche hat sich ja auch in den letzten Jahren schon sehr verantwortungsbewusst auch immer gezeigt, wir haben uns mit Oberturismen auseinandergesetzt. Nachhaltigkeit spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle in den Reiseplanungen und auch in den Umsetzungen der Reiseveranstalter. Und unsere Reiseberater haben gerade in den letzten Monaten exzellente Arbeit geleistet. Sei es auf Reisebüro oder Reiseveranstalterseite. Wir haben wirklich exzellente Beratung geleistet. Und ich glaube, das ist etwas, was auch die Gäste mitgenommen haben, dass wir da waren, dass wir Ansprechpartner waren, dass wir geholfen haben. Und deswegen wird diese Branche auch in Zukunft Bestand haben. Und die persönliche Beratung wird auch in Zukunft eine ganz wichtige Rolle spielen. Und ich kann jeden nur ermutigen, sich dieser Branche anzuschließen und hier zu arbeiten, weil das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Ja, und ich will noch mal einen Schritt weiter gehen. Und ich kann auch jeden ermutigen, dass er wirklich auch einfach auf sein lokales Reisebüro zugeht. Vielleicht auch als Unterstützung. Ich habe jetzt gerade Kontakt mit einem südbadischen Reisebüro und habe eine wirklich ganz tolle, ganz, ganz tolle Beratung, muss ich sagen. Ich habe was gebucht in Deutschland, aber auch im Ausland. Also im Grunde bringe ich alles gut zusammen. Das muss ich an dieser Stelle sagen. Ja, wir kommen jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur letzten und vielleicht spannendsten Frage unserer heutigen Veranstaltung. Ich würde gerne mit Frau Hedorfer anfangen. Und die Frage an alle lautet, haben Sie denn eigentlich schon Reisepläne für dieses Jahr? Und wenn, wo geht es denn genau hin, Frau Hedorfer? Ja, ich habe viele Reisepläne für dieses Jahr. Ich muss ja eine Menge nachholen. Zuallererst geschäftlich die Standorte der DCT im Ausland besuchen. Die Kollegen dort haben auch eine harte Zeit hinter sich. Ich will anfangen mit Paris und dann nach Italien weiterfahren. Privat reise ich nach Bayern. Nicht, weil ich nicht ins Ausland fahren will, sondern weil ich die Familie jetzt lange nicht gesehen habe. Meine Mutter ist über 80 und sie ist geimpft. Also das heißt, es steht einem Treffen jetzt auch wenig im Wege. Augsburg, die Renaissance und Fuggerstadt ist immer eine Reise wert. Und dann folgen weitere Ziele. Und ich hoffe, dass wir im Herbst dann auch schon wieder international und auf die Langstrecke auch gehen können. Herr Kunz, wo geht es bei Ihnen in diesem Jahr hin? Ich habe sofort zugeschlagen am Samstag mit der Familie. Also Sie fahren mit, Frau Hedorfer? Nein, leider nicht. Aber das sollten wir, liebe Petra, unbedingt mal machen. Ich habe sofort zugeschlagen mit der Familie, als der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein gesagt hat. Wir sind Zeugen gewesen. Wir gehen einfach mit und passen auf, Herr Wiebig. Reisen kann er sich auch zu Ostern vorstellen. Und ich habe in der Tat in Schleswig-Holstein mit der Familie eine Ferienwohnung gemietet. Starkes Signal. Und wir schauen mal, ob es was wird. Ich bin guter Hoffnung. Wir drücken die Daumen. Dankeschön. Anke Bude. Ja, nachdem meine Griechenlandpläne ja über Ostern geplatzt sind, wird es wahrscheinlich der schöne Thüringen Urlaub werden, meine Heimat. Aber es steht auch auf dem Plan Ostsee, Vietnam, Europa, was auch immer geöffnet hat. Und worauf wir dann Lust haben, was möglich ist. Wir werden irgendwas Schönes planen. Klingt auch sehr gut, Herr Fiebig. Wie lang ist Ihre Liste eigentlich als Präsident des Deutschen Reiseverbands? Ich beschränke es mal auf das Private und da könnte es sein, dass ich meinem Namens-, Vornamensvetter Norbert Kunz über den Weg laufe. Wir wollen und gehen hoffentlich Ostern nach Sylt, haben da auch eine Ferienwohnung angemietet. Darum eben mein Plädoyer für die Ferienwohnung. Nur so erklärt sich das natürlich. Und im Sommer gehen wir immer gerne wandern und Radfahren nach Südtirol. Ich denke, das sollte kein Problem darstellen. Und Roman, frisch verheiratet, findet die Hochzeitsreise noch in diesem Jahr statt? Ja, in der Tat, ich finde meiner Frau noch eine Hochzeitsreise. Insofern müssen wir mal gucken, ob das dieses Jahr dann endlich sein darf. Schleswig-Holstein vielleicht. Ja, wir sind da gerade noch in Verhandlungen. Herzliche Einladung auch an die Narbe. Wir sind da gerade noch in Verhandlungen. Auf jeden Fall wird es aber wieder an die holländische Nordseeküste gehen. Wir haben da familiär ein kleines Häuschen. Und insofern wird es da wohl definitiv wieder mal dann gehen. Auch das war ja in den letzten Wochen und Monaten nicht so ganz so einfach. Obwohl das ja von uns nur ein Katzensprung ist aus Nordrhein-Westfalen. Und die Werte da an der Küste, das war eigentlich ganz sehr besuchbar, aber trotzdem war es halt wegen eines Grenzüberschritts so nicht möglich. Ich hoffe, das geht jetzt alles wieder. Und dann schauen wir mal, wo meine Frau und ich uns dann einigen können. Also ich freue mich auf die Fotos. Das wird sicherlich ganz toll werden. Ja, wo fährst du hin? Ja, ich muss gestehen, ich habe mich jetzt auch ganz intensiv beschäftigt mit dem Thema Reisen. Und wir werden jetzt die Geburtstagsreise meiner Mama nachholen nach Ibiza. Das hat er sich gewünscht und es ist letztes Jahr ausgefallen. Und wenn es richtig gut läuft, vielleicht schauen wir auch noch nach Afrika Ende des Jahres, weil es ist ein wunderschöner Kontinent. Übrigens, der Tourismus bewirkt da auch ganz, ganz, ganz viel Gutes in der Entwicklungshilfe. Das wird ja gerade gar nicht so diskutiert, weil es natürlich so ein bisschen überstrahlt wird. Also da freuen wir uns beide drauf. Und ich sehe schon, hier sind sehr, sehr viele Reisewillige in dieser Runde. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Ich finde es wahnsinnig, wie schnell die Zeit vergangen ist. Ganz großes Kompliment an die heutige Runde. Ich sage nochmal ein großes Dankeschön an Petra Hedorfer, an Norbert Kunz, Anke Budde, an Norbert Fiebig und Roman Müller-Böhm. Ich bedanke mich natürlich auch bei allen Zuschauern, dass sie heute uns begleitet haben, dass sie dabei waren. Ich hoffe, sie haben auch ein bisschen was mitnehmen müssen. Vielen, vielen Dank, dass sie dabei waren und noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Das war unser erster Talk der Bundestagsfraktion in dieser Woche. Wir haben einen zweiten Talk zu einem fast genauso spannenden Thema. Ich muss aufpassen, was ich sage in der Woche, nämlich am Freitag sprechen wir über das Thema Restart 2021. Wie retten wir unsere Hotels, unsere Gastronomie, also das Gastgewerbe? Um 12.30 Uhr geht es los, wieder bei YouTube. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind und bedanke mich nochmal ganz herzlich und wünsche uns allen noch einen schönen ITB-Tag und toll, dass ihr da wart. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Grüße nach Berlin. Tschüss Frau Hedorf. Ich gehe von Ihnen. Tschüss.